Ich brauche noch gelb irgendwo her. Ja, der ist da oben. Aber wie kommen wir da hin? Wo? Da ist der Hebel. Mit dem Teleporter-Typen durchwerfen. Meinst du? Das schaff ich doch niemals. Doch, doch, das schaffst du. Das ist eigentlich doch. Okay, du brauchst blau. Nee, nee, dann geht das hoch. Kannst aber nicht tiefer. Easy going. Kannst du den Pokal noch holen? Dann kannst du rausgehen. Easy. Easy. Wenn wir dreitausend Male gestorben sind. 20 Millionen Re... Das machen wir jetzt hier noch herrlich. Ich dachte, da musst du anpumpen. Ah nee, das ist der Hund. Der Hund. Warte, die Hebel. Würde ich nicht, wenn ich nicht zuerst ziehen sollte. Zieh erstmal irgendeinen. Hm, ich dachte, da fährt sie durch. Und, muss jetzt die Decke hin? Ja, jetzt kommt der Decke weiterlaufen. Bei uns holen. Das war doch ganz süß. Das war vergleichsweise einfach. Ja, aber manchmal so ganz schwere Level und dann so ganz komisch leichte Level. Das ist sehr merkwürdig. So was wie das jetzt zum Beispiel wieder. Check erstmal mit dem Hund. Wir sollten da vielleicht nicht stehen bleiben. Die Blatthundkopf runter. Check erstmal mit dem Hund, ob da irgendwas ist. Tschüss. Das ist einfach nur Strom. Okay. Okay. Okay, das sollte jetzt eine Dicke übernehmen. Oh, der kann sogar da runter kurz. Aber ob du das schaffst, ist die Frage. So geht die... Der Vokal da unten. Wird schwer, wird schwer, wird schwer. Warum? Wer stinkt hier eigentlich gerade so rum? Da krelt irgendwer oder so. Oder irgendwas fackelt die ab. Boah, iiih. Lass mich nicht alleine. Ich mach nur das Fenster schnell zu. Ganz oben brauche ich zwei. Ja, aber ich komme. Und du musst dich beeilen, du hast die Laser. Okay. Oh, der hat ihn gekocht. Bin mir nur nicht sicher. Okay. Okay. Ich wollte jetzt mal nicht hochschauen. Was sollte der Hund machen? Der ist kleiner. Scheiße, wir brauchen alle. Warum bist du denn... Ich bin zu weit gesprungen, es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Warte. Du musst mit hoch. Ja, ich muss den kleinen Hund aber auch hüpfen lassen. Ich kann nicht drei auf einmal hüpfen lassen. Mit zwei. Ops. Da war ich zu langsam. Das Problem ist, ich komme alle zur selben Zeit bei der Wand an. Das heißt, ich muss mit dem Hund hüpfen, mit dem Dash nur zum Dicken wechseln. Ich glaub, mit dem Hund kannst du sogar stehen bleiben, wenn du siehst, dass die einzigste Plattform durchgeht. Das ist die rosa, die steht jetzt drüben. Ne, eben nicht, wie du siehst. Du musst mit dem Hund hoch, mit dem... Dann dashen, dass er da drin ist und dann mit dem Dicken ist. Das heißt, du nimmst nur den grünen. Das schaffe ich nicht. Ich versuche auch wohl den Dicken zu nehmen. Weil der grüne ist relativ zeitig drüben. Das verstehe ich nicht. Okay, warte, ich versuche nur mit dem grünen rüber zu fahren. Warte mal. Ich versuche nur mit dem Dicken. Ich versuche auch noch einen da unten. Was ist mit dem Hund? Was ist mit dem Hund? Nein! Wieso ist der Hund gestorben? Ich weiß es nicht. Er hat auch sein Elektroschild an. Was war so gut? Wechsel dich einfach so durch die Perspektive, Junge. Ist okay, ich nehme den Hund. Mann! Er schickt da Köter! Ey! Wieso müssen wir eigentlich alle drei auf einmal machen? Wir hätten doch einfach einen die zwei drüber nehmen können. Ja, ist egal. Ja, ist egal. Der ist eine Blähung in der Hohmann. Wird echt eklig. Bevor ich den Hebel da drüben ziehe, gehst du runter und holst dir den Pokal. Und ich glaube, ich aktiviere das, äh... Den... Ich kann da noch gar nicht dran, da sind Laserstrahlen. Ich glaube da... Ne, die sind noch nicht da. Ach da, shit. Ah ok, dann muss ich das zweimal betätigen. Ok. Meine Sekunde. Jetzt kannst du auf jeden Fall schon mal runter. Den brauchst du nicht. Also, damit ich dann runtergehe und warte. Ah! Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich muss auch wieder zurück. Ich weiß, es tut mir leid. Ich hatte den nervösen Finger. Hab ich gemerkt. Ja. Hier ist die rüber da. Wofür die Irre mich da rumbringt, oder was? Genau. Ich geh, ich hab Angst vor dir. Ich geh da raus. Kugel, durchwerfen. Du musst ihn durchschieben. Nein, nein, Kugel durchwerfen. das muss mit dem dicken durch wow ein pokal einfach so reinkommt ohne zu verrecken so das ist von die wieder ausmachen vorsicht ist wieder an hübschel hoch achtung stopp das muss noch ein hebel sein nein du musst da hinten ich kann nichts machen wisst irgendwas haben wir falsch gemacht er hätte nach da unten noch rein gemusst wo hier willst du den hebel noch einmal betätigen nein na geht doch da unten ist eine wand ich habe alle schalter gedrückt die ich drücken kann ok ok hast du gerade den kugel da umgegen geworfen ja ok muss da ja irgendwie rüber kommen ich will das die tür zu ich habe ja nicht einen schalter unten drückt gehabt so ist denn da noch ein schalter ok ach da jetzt ist er erst da und sagen wir war es gerade nicht sicher du musst auf die kleinen grönen gräse ich weiß jetzt ist die tür oben offen ok dann musst du wahrscheinlich noch einen zweiten hebel ziehen vielleicht ich kann nicht drauf achten ich bin mit dem hebel beschäftigt wahrscheinlich ich war doch ja da war der hebel ach so die kugel zwingt nein gut danke ja wobei doch am ende brauche ich sie fick die henne die grünen läppchen sind safe ich weiß auch zu bellen nein mach hier die tür auf ich muss erstmal rüber komm junge mach schneller das ist doch kacke nein warum ich war doch unter grün nein die grünen kreis sind die bomben nein die roten sind die bomben die grünen kreis sind auf boden meine ich ich meine die grünen punkte oben ich war ja wollen wir tauschen nein Gameverteile lassen Screenshots gemacht it seems to be broken halloo das ist kaputt gemacht nein das kommt davon wenn man willkürlich auf seinem Gamefeld rumpatscht warum ist jetzt die big picture dinge aufgegangen fick doch die henne verpiss dich das ist gerade 11.10 hör auf meine maus zu bewegen controller ich kann so nicht arbeiten wir unterbrechen die auf ich hab keinen bock mehr wenn ich den Knopf entwische ahhhhhhh denk's einfach aus danke bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal ich habe ein paar ich weiß es nicht daswindig ist dass wir auf eine